Hallo und grüß euch. In dem Video wird ganz kurz das ArcMap erklärt. Also nur die Grundzüge, wir gehen nicht so sehr ins Detail, aber nur damit ihr euch mal orientieren könnt. Ich starte das Programm gerade. Am Start kommt immer so dieses Startfenster. Da sieht man die letzten Dateien oder Vorlagen. Das könnt ihr einfach OK oder wegklicken. Ich hacke gleich mal an, dass ich das in Zukunft nicht mehr haben mag. Also ich sage einfach BlankMap, leere Datei. Gut. So schaut das dann ungefähr aus. Das gebe ich jetzt mal weg. Also wenn ihr das erste Mal startet, sollte das mehr oder weniger so aussehen. Was macht man damit? Man erstellt Karten und für Karten braucht man Dateien. Datenmanagement und Arc Catalog sind in anderen Videos erklärt. Also ich nehme an, ihr versteht schon im Wesentlichen, wie die Dateien funktionieren. Um Dateien hinzuzufügen, gibt es mehrere Wege. Man kann es einfach reinziehen. Es gibt da rechts auch, da kann man den Arc Catalog auch verwenden. Das machen wir jetzt mal nicht. Wir machen es einfach. Wir klicken auf diesen Knopf und da gibt es diesen Add Data Button. So fügt man Daten am einfachsten hinzu. Sehr wichtig zum regelmäßigen Arbeiten sind die Folder Connections, weil die hat das, die merkt sich das ArcGIS sozusagen. Ich habe da schon meine Aufgabe 1 verbunden, also meinen Ordner mit der Aufgabe 1. Falls ihr das noch nicht habt, klickt es einfach da auf Connect to Folder mit dem Plus. Da klickt man drauf und dann navigiert es euch dann halt zu dem Ordner, welchen auch immer ihr wollt, klickt auf den Ordner, den ihr wollt und auf OK. Dann sollte das da auch drinnen sein. Also Folder Connections, sehr praktisch um Daten zu finden. Ist quasi wie eine Verknüpfung, eine Abkürzung halt. Gut, ich gehe da jetzt mal rein und da habe ich eben die Geodaten der ersten Aufgabe von der Einführung in GIS und ich füge jetzt einmal irgendwas hinzu. Also die Bezirke Oberösterreich. Ganz einfach die erste Datei, die ich da sehe. Und tada, so schnell haben wir auch schon Geodaten da drinnen. Add Data Alani ist ein bisschen fad. Man kann auch mehrere Daten gleichzeitig hinzufügen, indem man Steuerung gedruckt hält. Man kann auch Rahmen ziehen. Also ich füge jetzt auch noch die Bezirkshauptorte und mit gedrückter Steuerung-Taste markiere ich auch noch die Hauptgewässer und die beiden Daten füge ich jetzt auch noch hinzu. Und ihr seht, das ist dann alles da drinnen. Ja, was da jetzt wichtig ist, ihr habt da links auch ein Table of Contents. Da gibt es mehrere Ansichten, aber für den Anfang ist diese Ansicht, die standardmäßig ist, eh super. Da kann man quasi die Darstellungen bearbeiten und die Zeichenreihenfolge. Damit ist gemeint, dass man im ArcMap ähnlich wie in einem Photoshop oder so Layers verwenden kann. Sprich, ich nehme jetzt zum Beispiel da mein Hauptgewässer-Layer und ich ziehe den ganz einfach mal da nach unten unter die Bezirke. Und diese Reihenfolge, wie ich da links habe, entspricht eben dann auch der Zeichenreihenfolge hier rechts, wo ich die Daten sehe. Jetzt liegt quasi die Datei mit den Bezirken, das liegt ganz einfach über meinen Gewässern, deswegen sehe ich es nicht. Also wenn ich quasi Daten einfüge und es schaut zum Beispiel so aus und ich wundere mich, wo sind meine Gewässer und Orte, warum sehe ich das nicht, dann schaut es da links, da sehe ich, aha, meine Bezirk-Datei liegt über dem ganzen anderen. Dann verschiebe ich das einfach und dann sollte ich alles wieder sehen. Zur Übersichtlichkeit ist es auch immer wichtig oder auch zur Kartengestaltung, dass man Sachen ausblendet und einblendet. Dazu gibt es einfach da links so Hackerl bei jedem Layer. Wenn ich zum Beispiel die Orte oder die Gewässer zum Beispiel sage, ich brauche jetzt keine Gewässer, dann kann ich einfach da das Hacker deaktivieren und die Gewässer sind weg. Ist immer ganz praktisch, weil man sollte eigentlich immer nur das anzeigen, was man gerade bearbeitet, sonst wird es sehr verwirrend. Also ihr könnt euch vorstellen, sobald die Linien da sich überschneiden, wird es schon schwieriger, wo jetzt die Bezirksgrenze ist zum Beispiel. Was auch interessant ist, wenn ihr merkt, okay, ich habe jetzt eine Datei da drinnen, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche für mein Projekt, zum Beispiel Gewässer, stelle ich fest, brauche ich jetzt nicht für meine Karte und ich will es raus haben, mache ich einfach Rechtsklick darauf und Remove. Wichtig ist, ihr löscht jetzt die Datei nicht. Jetzt ist ja in den Unterlagen erklärt, ArcMap ist ja nur eine Darstellung der Daten. Die eigentlichen Daten liegen ja im Hintergrund rum und werden eben mit dem ArcCatalog gemanagt und wir stellen die dann nur dar. Also ArcMap greift darauf zu. Wir können sie auch editieren und so, aber zur Verwaltung verwenden wir eigentlich nicht das ArcMap. Dazu gibt es das ArcCatalog. Das heißt, wenn ich hier auf Remove klicke, dann ist es nur jetzt aus der Karte, aus dieser einen Karten-Darstellung rausgeschmissen, aber im Hintergrund gibt es die Datei natürlich schon noch. Gut, soviel dazu. Tools, ihr seht, da gibt es eine haufenweise von Werkzeugen, die kann man aktivieren und deaktivieren. Wenn ihr mal irgendwas sucht und nicht findet, ist das alles irgendwie versteckt. Also am schnellsten ist, wenn man hier im grauen Bereich irgendwo einfach einen Rechtsklick macht und dann sieht man quasi alle Werkzeugleisten, die wir zur Verfügung haben und die kann man dann einfach aktivieren. Also Editor zum Beispiel ist etwas, was man häufig braucht. Dann sucht ihr es einfach, was ihr sucht. Klickt drauf und dann sollte das da auch auftauchen. Ich gebe das jetzt wieder weg, weil das brauchen wir nicht. Okay, also soviel zu den Werkzeugen. Da oben gibt es auch natürlich einen Haufen von Toolbars und Fenyleisten und so. Ich werde das später alles kennenlernen. Wichtige für euch ist natürlich auch die Ansicht hier. Was wir standardmäßig da haben, ist die Datenansicht. Da können wir sie frei bewegen. Automatisch ist da dieses Handwerkzeug ausgewählt. Ihr könnt mit dem Mausrad zoomen. Ihr könnt die Zoom-Werkzeuge hier verwenden. Wenn ihr mal verloren geht irgendwo und ihr wisst immer, ihr möchtet wieder alles sehen, klickt einfach da auf die Erde. Dann habt ihr wieder, sieht man quasi wieder alle Daten. Ebenfalls praktisches Werkzeug. Nehmen wir an, ich bin wieder verloren und möchte zum Beispiel meine ganzen Orte wieder sehen. Ihr könnt auf jeden Layer rechtsklick drauf machen. Und da gibt es immer die Funktion Zoom to Layer. Und dann kriege ich in der Data View sehe ich dann, also schau da, dass man so hinzoomt, dass ich alle Features von diesem Layer wieder sehe. In dem Fall sehe ich jetzt alle Punkte, alle Bezirkshauptorte. Wenn ich alle Bezirke komplett sehen will, ist jetzt das ein bisschen abgeschnitten, mache ich das gleiche. Rechtsklick Zoom zu Layer auf Bezirke. Jetzt sehe ich wieder alles. Also das ist gut, um sich zurecht zu finden. Auch cool zur Navigation ist, egal welches Werkzeug ihr gerade aktiv habt, mit der mittleren Maustaste, oder sprich das Mausrad, wenn ihr das reinklickt, könnt ihr euch immer, könnt ihr immer das Bild herumschieben. Ja. Ja, abschließend noch, das ist eben die Datenansicht. Wenn ihr dann ein Layout macht, sprich ein Blatt Papier gestaltet mit Maßstabsleiste und so, müsst ihr auf die Layout-Ansicht wechseln. Das ist da links unten versteckt. Eben jetzt haben wir Data View aktiv. Daneben ist Layout View. Wenn ihr darüber wechselt, seht ihr, da haben wir jetzt unser Blatt Papier und darauf positioniert ihr jetzt mal so mehr oder weniger voll eine Kartendarstellung schon, die man dann frei bearbeiten kann. Und da fügt man dann alles ein, was man braucht. Maßstab, Nordpfeil, Text, Legende und so weiter. Wenn ihr wieder zurück wollt, in die Datenansicht, einfach da links Data View. Ja, so einfach ist das im Wesentlichen. Vielleicht noch kurz zum Speichern. Wenn ihr euer Projekt speichern wollt, geht es einfach auf File Save oder ihr klickt da auf den Speichern Knopf. Ihr sucht euch einen Speicherort aus. Leider haben wir da jetzt nicht unsere Folder Connections. Das ist ein bisschen schwach vom GIS, aber es ist so. Ich würde ihm empfehlen, immer alles in einem Ordner zu haben, also innerhalb der Aufgabe 1. Speicher jetzt einfach diese Karte als Aufgabe 1.mxd. Genau. Was auch woanders erklärt wurde bezüglich Datenmanagement. Das muss man wahrscheinlich immer wieder manuell setzen. Die relativen Datenpfade. Also lest bitte selbst in den Unterlagen nach, wofür das gut ist. Aber unter File Map Document Properties. Und das müsst ihr bei jeder neuen mxd neu machen. Da schaut es bitte rein. Da gibt es ja unten dieses Hackerl, das man aktivieren kann mit Store Relative Path Names to Data Sources. Das ist vor allem, wenn ihr die Daten ab und zu herum bewegt. Praktisch. Es ist ein guter Angewohnheit, dass man das aktiv hat. Wenn ihr jetzt zuhause arbeitet, in Zeiten wie diesen, wird das eh nicht so das Problem sein. Aber früher oder später wird es wahrscheinlich an der Uni wieder damit konfrontiert sein. Also gewohnt euch an. Immer jede mxd Datei. Das muss man am Anfang einmal machen. Dann speichert das eh mit. Unter Map Document Properties dieses Hackerl aktivieren. OK sagen. Nochmal speichern klicken. Und jetzt passt. Jetzt haben wir quasi unsere mxd Datei mal vorbereitet. Ja, so das sind die wesentlichen Grundzüge vom Arc Map.